Ok, wir sind hier gerade in der Runde schon und ich hatte vergessen am Anfang aufzunehmen, aber ich nehme jetzt zuerst den Eintritt, weil die gerade super läuft und ansonsten ärgere ich mich wieder. Ich nehme die einfach, die ist relativ gut, das ist der Mega, der mich dann mal zerschützt. Der wird zwar geheilt, aber das kann er nicht machen gegen mich, ich mache zu viel Damage, ich hau ihn trotzdem weg. Komm, ich hau ihn weg. Ja, 5 Kills schon in der Runde. Das ist echt sauergut bei RoboCraft, glaube ich zumindest. Ansonsten mache ich, ja, macht man vielleicht so 3 oder 2. Aber jetzt schon 6. Boah, Mega Runde. Boah, da hinten. Komm, den hole ich mir auch noch. Nee, schaffe ich nicht. LOL, hab ihn. LOL. Okay, das war echt. Äh, LOL. 8 Kills, Junge. Das ist echt krass in der RoboCraft Runde, glaube ich. Also, weiß ich eigentlich, ich kenne das Spiel ja relativ gut. Okay, ich würde mal sagen, wir haben zwar mitten in der Runde angefangen, ich habe kaum was gesagt, aber... Weil die Runde so gut gelaufen ist, nenne ich die einfach Mega Runde und lade die dann trotzdem hoch, würde ich mal sagen. Und wenn ich das tue, dann würde ich mich jetzt mal verabschieden und sage auch schon... Ähm, joa, tschüss. Und ich blende wahrscheinlich... Naja, das habt ihr wahrscheinlich davor gesehen. Ich habe da ein paar Sachen eingeblendet. Oder ich blende die jetzt noch ein. Nee, ich blende die einfach jetzt noch ein. Ähm, noch ein paar Bugs, die noch in dieser neuen Version drin sind, die ich ganz lustig finde. Die sind eigentlich nur auf einer Map, glaube ich. Und das ist mir ein paar Mal passiert, habe ich extra aufgenommen. Ist aber ohne Ton, deshalb unterlege ich wahrscheinlich Musik. Joa, und noch viel Spaß dabei. Und ich sage schon mal Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020